So, und dann das, ja, das Floß. Das war, glaube ich, sehr auffällig, weil ich ja mal das... Ah, da! Ja, ja, ja. Vier. Vier. Ja, wir gehen mal ein. Okay. Okay, dann gebe ich ein, sieben, neun, sechs, vier. Hä? Irgendwas haben wir falsch gemacht, warte mal. Warte, okay, als erstes dieser komische Vogel. Ja, vielleicht war der Vogel nicht das... Ach, das war das andere. Ja, 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 warte. Warte, das, was wir gerade gesehen haben, war dann der Vogel, wo wir erst dachten, dass das der... Das war das, ne? Ja, 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 das war die erste Zahl. Was ist das? Fünf. Das ist fünf, okay, also... Dann probier nochmal mit der neuen Kombi. Fünf, neun, sechs. Ja! Der, ja, und hier ist auch der Schlüssel drin. Und fortgeschrittener stationärer Anker. Ja, ist das der, wo man das damit kombinieren kann, oder ist das der, den wir schon haben? Ja, funktioniert ferngesteuert mit den Kontrollpunkten. Ja, danke.